So Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Nun, da wir unseren geliebten Neffen Jax befreit haben, wollen wir mal sehen, was uns nun erwartet. Okay, was erwartet uns? Was erwartet uns? Oh, ein Anruf erwartet uns. Los geht's. Ey, scheiße, Mann. Ich musste für deine Aktion bei den Bricks danken. Irak konnte es nicht glauben. Aber er hat es geglaubt, oder? Ja, ja, hat er. Das ist gut. Voll stolz und so. Ich darf ihn auf keinen Fall wieder sauer machen, Mann. Verstehe ich? Da ist eine Bar bei Rossi Fremont. Ich lasse etwas im Müll davor liegen. Deine Kabel. Hol sie dir. Hör mal. Du hast ihn erschreckt bei der Auktion. Jetzt kommt niemand mehr ohne Erlaubnis in die oberen Etagen. Mich eingeschlossen. Wir sind diskret. Ach, komm, Mann. Fuck. Ja, wir sind sehr diskret. Ah, schon wieder falsche Taste. Das ist schlimm hier. Hier müssen wir lang, hier müssen wir lang. Jawohl, hier geht's lang. So. Wieder unsere Geheimbasis verlassen. Radio aus. So. 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 Wieder die Brücke hacken hier. Dann geht's jetzt los. Ganz diskret in diesen Turm eindringen. Vermutlich. Glaube ich mal. Hoffe ich mal. Möchte ich mal. So. Ja, ja. 1,7 Kilometer. Wunderbar. Immer so weite Strecken in dem Spiel. Ja. Okay. Und noch mal. Ja, hub mal ein bisschen. Kann ich auch. Zack. Das ist echt ein beschissenes Handling. Ich weiß, ich habe es schon oft gesagt, aber... Ihr müsst es mir einfach glauben. Okay. War nicht rot. War nicht rot. Die war auch nicht rot. Das ist immer typisch. Immer kurz bevor man die Mission erreicht, kommt ein Verbrechen erkannt. Das ist nicht schön so. So. Einen Bug fernsteuern. Oh. Oh. Wortspiel. Komisch da rein. So. Sorry boys. So ein Witz. Ah. Hallo Leute. So. Legen wir mal los. Wenn ich den Typen aufhalte, muss ich ihn schnell entdecken. Bad Bug muss das packen. Ich setze eine ganze Menge auf Spiel. Wer weiß, ob er dem Job gewachsen ist. Ach, wer schafft das? Ich hoffe, das bringt die nicht um. Hm. Das ist so die andere Frage. Gehen Sie in Position, kontaktieren Sie Bad Bug. Joach, 350 Meter entfernt. Das sind die des Wahnsinns. Da kann sie nicht mal zu Fuß hinlaufen. Ja. 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 Es ist kein abgestelltes Auto in Fahrtrichtung. Ich will nicht noch drehen. Ja. Na, Müllauto. Lass mich durch. Verdammt. Locker bleiben, Müllauto. Hopp. Servus. Gucken wir alle aus dem Weg. Wir haben keine Zeit in diesen Let's Plays. Da vorne. Dann noch eins weiter. Und dann jetzt hier rein. Der Karte nachzuurteilen. Ich muss irgendwie in dieses Gebäude und immer bei Bad Bug Signal bleiben. Riecht die Verbindung abgerät, da vielleicht in Panik. Ah, shit. Und das darf nicht passieren. Soll ich jetzt da rein? Das ist ja alles voll Gegner hier. Hm. 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 Wir sind schon ein paar Füchse. So, jetzt sind wir schon mal hier drin. Muss ich nur das da vorne erreichen, irgendwie. Hopp, du. Dicker, hässlicher Knopf. Dreht's mal weg. Jetzt dreht sich echt gar nicht weg. Okay. Was hätten die rauskommen? Kann bestimmt irgendwas ablenken oder so. Der Typ. Ja, ist irgendwie so ein komischer Held. Ja, ich wollte gerade sagen, Junge, du kommst nicht hier in meine Nähe. Ja, klasse. So. Dann verharren wir mal wieder etwas hier. Weil er sich auch entspannt zurücklehnt. Ja, komm. Dann gehen wir über die Kamera. Da war doch eben noch eine Kamera. Ja, klasse, wahrscheinlich habe ich sie. Ah, da ist er. So. Ich muss die Leute alle gar weglenken. Locken von da. Festsport-Experte. Volles Bankkonto. Yay. Mann, sind wir mittlerweile reich. So, was sind das für welche? Warum kann ich da bei denen nichts hacken? Kann ich nicht mal ablenken. Ich muss die umlegen. Es bleibt mir nichts anderes übrig. So wie der läuft. Und da der sich nicht umdreht. Ja, Leute. Bestens sage ich jetzt schon mal, dass ich eigentlich nicht der Freund von hoher Gewalt bin. Was habe ich denn da eigentlich für eine Waffe? Lassen Sie keine Zeugen am Leben. Ah, scheiße. Alter, was ist denn das für ein Waffe? Das ist ja ein richtig hartes Kaliber. So, warum kann ich den Typ nicht wirklich treffen da? Junge. So muss das sein, ne? Der Typ, der Typ. Es ist der Typ, so. Soviel zum Thema, wir sind sehr diskret. Na, Leute. Guck mal, sogar ein Geldautomat. Ach, sieh. Okay. Auch so mal 1000 Icons. Wenn die mich schnappen. Er traut dir. Das hast du gesagt. Was ist auf Iraks Etage? Ich weiß es nicht, Mann. Zimmer. Wow. Es gibt ein Zimmer, in das Irak niemanden reinlässt. Heute gehst du da rein. Keines Räufes. Auf der Etage ist ein Zimmer. Ich sehe mich. Hör mal. Das ist so eine Art Sicherheitstür. Kein Problem. Bring dein Handy in die Nähe. Du gehst in das Zimmer. Ich bin kein Spitzel. Ich rede nicht mit Boll. What? Ich bin kein Bolle. Na, 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 na. Ich hab so Schiss, Mann. Hör einfach gut zu und beweg dich, wenn ich es sage. Ich passe auf dich auf. Oh, okay. 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 Okay, los. Ich geh schon. Lauf schneller, Junge, schneller. Ich weiß, du bist fett, aber das schaffst du schon. Oh, fuck. Oh, fuck. Ui. Wie alt bist du? 19. Ich bin 19, Mann. Scheiße. Du bist ja ein Kind. Grandma sagt, dass ich immer groß, wenn mein Alter war. So. Hm. Das ist es nicht wert. Doch, ist es. Alter, es sind viel zu viele Leute hier. Ach. Du sch... Ey, ganz ehrlich, wie soll man da jemanden durchschleusen? Ich sollte nicht hier sein. Okay, jetzt. Alles klar. Los, los. Bleib unten. Halt deinen dicken Schädel. So. Okay, das nächste Mal. Wenn er wieder dahinter läuft, lasse ich ihn hier hinlaufen. Ich will das nicht tun. So. Bleibt dir nichts anderes üppisch, Digge. Oh mein Gott. Ja, klar. War klar, dass ich wieder in die Kamera reinrutsche. Eigentlich. Such die Kamera. Ich sollte nicht hier sein. Das ist es nicht wert. Oh, doch. So. Warum hängst du mit diesen Arschlöchern rum? Wir sind schon Spezialisten. Na ja, dachte ich. Ist mir doch egal. Ja. Hast du Familie? Ja. Kinder? Nein. Du? Wahrscheinlich. Oh, scheiße, Mann. Bring mich nicht zum Lachen. Ja. Könnte schlecht enden. Was? Jetzt. Los. Bewege. Das ist irre. Los, los. Kopf runter. Oh mein Gott. Fuck, Mann. Fuck. Los, schnell. Fuck. Schnelle. So. Nein. Jetzt wo ich gerade X drücken wollte. Das darf nicht wahr sein. Sowas ist nicht schön. Ich würde sagen, probieren wir das nochmal, oder? Wir haben ja erst 14 Minuten. Wenn es schnell laden würde, wäre das auch richtig klasse. Warum hängst du mit diesen Arschlöchern um? Kann man irgendjemand sagen, wie... Das ist meine Familie. Naja. Hm. Dachte ich. Hast du Familie? Ja. Kinder? Nein. Du? Wahrscheinlich. Scheiße, Mann. Bring mich nie zum Lachen. Ja. Könnte schlecht enden. Ach was, das geht schon. So. Mit sowas verschwende ich meine Zeit nicht. Äh, war da hinten nicht vor eine Kamera? Oh, Mann. Schneller. Du bist nicht mehr der Dünnste. Bewegung. Okay. Ich will nicht tun. So. Heftige Schlösser, Mann. Geh nur nah genug gerade. Du, Irak, Hände rein, Mann. Warte eine Sekunde. Ich brauch kurz deine Kamera. Zack. So. Schauen wir mal, was da drin abgeht. Der Computer ist da. Also, warum machst du das, Mann? Das ist nicht deine Welt. Das ist kompliziert. Wir haben viel Zeit. Irak war an etwas beteiligt, das meine Familie angeht. Ich will antworten. Das ist gar nicht kompliziert. Entriegeln sie in den Serverraum für Bad Buff? Ja. Oh, shit. Von wo kommt der Strom? Von da. Zack. 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 Das ist gar nicht so, dass ich es erreicht hätte. Das ist gar nicht so, dass ich es erreicht hätte. okay dann noch mal ganz flott das mache ich dann das war so nicht vorgesehen aber das ist ja richtig grob jetzt muss man auch irgendwie da den kompletten strom drauf kriegen hat man damals strom drauf alter da kommst du ja vor wie ich will es gar nicht sagen so da lang das ist beknackt da drauf da drauf ist nur noch das ganze irgendwie in die mitte bekommen oh man der computer ist da okay so was befindet sich wohl da drin da bin ich mal gespannt aber das würde ich sagen sehen wir in der nächsten folge bis dahin macht sie haut rein bis dahin macht dann am so also wie さ auch Untertitelung des ZDF, 2020